TANOSHIME SOJEN verpasst, denn es wird jetzt vorerst das letzte Video sein, was ich erstmal raushaue. Ich gehe gechillt in die Sommerpause und werde allerhöchstens Anfang Mitte August wiederkommen und werden dann mit den Ranks in Street Fighter 6 anfangen. Ja, ich bin nämlich völlig ausgelaugt. Ich muss meine Batterien neu laden und ich muss mir auch ein bisschen Zeit holen, denn große Games sind ja wieder im Kommen. Ich habe es noch immer nicht geschafft. Zum Beispiel Summer Game Fest ist ja gelaufen. Das Einzige, was mich interessiert hat, war natürlich das neue Prince of Persia Game. Das gefiel mir ziemlich gut. Das war so mehr meh. Ja, ich hätte auch eine Playstage-Folge machen können zur Final Fantasy 16 Demo und zur Ghost Trick Demo. Das sind die beiden Games, die mich dieses Jahr noch sehr unter Beschuss nehmen. Im Sommer sollen ja noch zwei weitere Fighting Games rauskommen. Zwei Indie-Fighting Games. Das eine wäre Pocket Bravery. Das andere wäre Blazing Strike. Sobald es rauskommt, würde ich das natürlich auch auf diesem Kanal covern. Ähm, erst mal aber mache ich eine Sommerpause. Äh, daher würde ich sagen, dieses Video startet gleich in die Session rein. Ich habe noch mein, ja, normales Headset an. Ich habe, wie gesagt, da wird, da wird manchmal meine Wörter verschluckt sein. Das kommt auch wegen, ja, Fighting Commander und mein Headset, die es connectet sich nicht so gut. Irgendwie, manchmal verschluckt es ein paar Wörter. Ich weiß auch nicht, warum, aber, ja, lebt leider damit. Dafür könnt ihr wieder Mapmaster gut hören. Die anderen, äh, man hört auch ein bisschen Unterhosen hält, aber der ist lange nicht dabei. Aber er ist dabei, daher würde ich sagen, ja. Wir werden starten, dieses Video, diese Fight Night werde erstmal starten mit Team Battle. Das wird auch hier mit Timecodes versehen, damit ihr wissen könnt, was los ist. Ich werde mich am Ende des Videos nochmal verabschieden, aber dann werdet ihr wissen, alles klar. Ich werde danach noch mich bedanken an den ganzen Leuten, die dann kommen. Aber erstmal, gehen wir dorthin noch erstmal einmal, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar, auf der Straße. Daher viel Spaß und Fight! Ich bin mal ohne Wett. Es ist schief gelaufen! Oder auch nichts. Ja, es funktioniert! Hatte Grenzen! Team Cup! Was ist los? Ja, ich bin die Vorhut! Toll! Ja, du meinst ja! Ja, lehnt euch, Chibis! Ich glaube, man kann den Cup eingestellt, dass man den Überbieter mitnehmen kann. Team Cup! Wollen wir mal gucken! So, schauen wir mal, wie es funktioniert, das allererste Teamkampf. Das allererste Teamkampf hat viel nicht mehr gab's. Hm, das hat mich noch erreicht. Vergiss es jedes Mal! Sehr schön! Ja, sehr gut! Okay, 1 zu 0. Es kommt ein anderer? Nee, okay. Siehst du, wie ich ging? Und war das mäßig? Oh! 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 Das ist ne Combo! Okay, ich hab jetzt gesagt, okay, das war okay. Okay, 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 okay. Ah! Ah, toll! Ja, ist er bloß. Hä? Komm! Ja, da war ich jetzt perplex, wie er gefühlt hat. Ich dachte, ich hab' gibts ein bisschen Wurstling, Aschen. Jetzt war's schiefgelaufen! Hä? Hä? Ich auch. Okay. Nämlich aber andererseits So, proben wir jetzt noch einmal Natürlich kommt der Mitleid Okay, der Mitleid die Okay Okay, dann wollen wir mal Alles nicht geheim So, versuch nochmal zwei Was ich dann nicht checke, warum sind deine Ladezeiten zu lange Shoryugen! Okay, dann können wir jetzt die Ladezeiten zu machen Oh, Bruder, ähm, wo ist das, was war das? Hat so eine spezielle Animation beim Harry Ja, das war nicht schlecht Okay Okay Come on Blöde Plätzchen Blöde Plätzchen Ah, dass das so schnell geht Ah, bin zu langsam Das wird noch ein Spaß noch zu machen Ah, das ist so simpel eigentlich Das war es so langsam Das war es so langsam Das ist mies Nee, wieso, das ist Kombo Aber das ist ein Grapp-Session Naja, und? Du hast es in Kombo Ich hab's gemacht Ich hab's gemacht Ja, ich hab's vielleicht geblockt Jo, gut gemacht's, Lugium Okay Okay Okay, A1, was steht's jetzt an? Ähm, nur die Gewinner gewinnen, ähm, kämpfen an, ne? Glaube ich 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 gegen, ähm, keine Ahnung Oh, alle, ach so Dann schauen wir mal, ne? Aber dann sehen wir mal das Zergen Oh Was? Hey! Heigens, perfektes Game, Arda! Perfekte Game, Gugli, Arda! Das ist Heigens! Was? Oh, Realo, Mannes! Ich meine Juge Lugia. Ja! Lugia! Juuu! Jetzt spart' ich mal hin zum Kampf! Na, einfach mal den Raphael eingeladen ist, er gekommen aber zur Party nicht! Ungwahrscheinlich, das ist schlecht für ihn gerade. Der Ansatz... Gute Wünsche, den... Ich habe einen Ballen mit dem Ballen gelegt. a.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.h.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.s.d.sd.d.s.d.s.d.s.denn.s wiresuken!dssdsd.dssd.sd Snrwoolryuken!dssd Bihau Das war's für heute. Oh, kein Zweikummer. Aber du entscheiden kannst, welches Bein du benutzen kannst, glaube ich. Ja, aber Aufhälte ist kein Zweikummer, das hätte er abwählen können. Nur die leichte und die harte Version hat's, ähm, Zweikummer. Ja, die Ex ist ja, sagt, da kann's ja besser sein. Ah, stimmt. Oh, ah, wer geht's? Ist auch sehr gut mit Kennen. Kein, kein was. Oh je, jetzt kommt sie wieder. Äh, wo hab ich das jetzt? Hab ich vergessen? Naja. Naja, die krieg ich schon irgendwie gebacken. Irgendwann. Irgendwann. Ja schon. Irgendwann. Ah ja, ich hab die Kette. Das war dumm. Jo! Aaaaaaah! Scheiße! Wiedererdecke. EX ist sehr schnell. Ich bin wieder am Boden. War aber klar, warum denn? Aber mir verfehlt meine andere Chance. Was? Ich muss eigentlich doch wissen, dass du die ganze Zeit diesen Griff machst. Ich hab' nicht. Ach Gott, ey. Oh, 12 oder 12, ne? Ach, viel zu lange nicht gegen die gespielt, Mann. Und da's mit ihnen. Und da belegen die dann ein paar. Geben es einmal. Ja. Aber das ist hier so, dass ich schon wiederholfen kann. Und hier ist derartausch. So dazu kommt dann an. Wo ist deinem soren? Dann wohnen. Oh, die war ich auch. Und da war ich. Derartausch ist derart. Ja, aber das ist nicht Kami White, das ist Kami White Ja, ich weiß nicht, was du da hast Ja, ich weiß nicht, was du da hast Ach man Ah shit, es blinkt und ich mag kein Anti eher Oh, wie der wartet Ja, dachte ich, ähm, der Wind hatte So, jetzt sage ich uns Erstmal weg Nee Da darfst du nicht hart angreifen Jetzt ist da zu safe Merke ich Was? Jo, geht's Hä, was hat er dazwischen gemacht? Ah, Dugan Was? Das hat er abgebrochen? Ja, in Level 3 kannst du das abbrechen Level 1 und 2 geht das nicht Das wäre die Chance gewesen Oh, der hat wieder Level 3 gemacht Na ja, zu spät Du warst in der Luft Anti, er hätte Level 3 machen müssen Ich war ein bisschen raus wegen dem Level 3 Wieso konnte er Hattoken fanceln? Dafür geht das In Level 3 kannst du mehrere Sachen fanceln Du kannst ja auch Shoryu fanceln mit Level 3 fanceln Nein, ich meine, seit wann kannst du einen Hattoken fanceln? Achso, seit wie viel Hatt3? Wusstest du das nicht? Ja, aber nicht so stark Du musst es doch machen Ja, aber sein Hattoken ist nicht durchgekommen Das meine ich Sein Hattoken hat aufgehört Oh, 2 Sachen Ah, ich bin Minus Okay, ich hoffe, ja, habe ich noch Schwierigkeiten zu spielen Wie? Du kannst, wie? Du kannst ihn nicht rausgreifen Du kannst blocken Den Griff? Oder was? Du hast 0 gegriffen bei ihm Der blockt sehr viel Ja, das war nichts Ich wollte gerade sagen, wieso greifst du den Typen nicht? Der war schon 3-4 Mal bei dir Bei mir machst du es jedes Mal Ich weiß, ich konnte ihn Nur für die m & st habe ich da war so offen bitte mir okay das heißt als gerade oder nicht sein so war immer heiße platzieren das ist klar ich habe mich entschieden wieso ich will es wissen ich muss nur gegen den griff klarkommen wenn ich den griff umgehen kann dann ja aber trotzdem komme ich damit viel besser klar ich habe mich ich habe mich Das war gut Ich hätte einfach Uppercut machen sollen Du klickst mir so oft entgegen Das war eine gewaffte Version Na und? Ah ja Glück Schon wieder nicht gefördert Clips Das war ja Na kanns nächstes mal machen Was? Aber das war sehr schlecht wieder Jo 2-9 Oh weil ich einmal nicht aufgepasst hab Oh man Hast du jetzt wieder Raffel gegen? Nein Doch Wir zwei mal um die zwei halten Ich vergesse immer Ich vergesse immer Und der hätte den Zack so machen können Ist auch ziemlich gut mit Seguri Er spielt anders ja Ja, er benutzt viel mehr diese Drive-Buzz-Fotos. Ja, ist ziemlich gut auch. Level 2, ne? Nee, nee, er benutzt sehr viel Drive-Buzz. Ich meine, der kann's auch. Er benutzt ja selten. Hm, gegen mich nichts. Hat er... ...relativ lange gegen mich eingesetzt. Ach, Show-Kick. Oh, kein Level. Naja. Nee, ist halt, glaub ich, nicht gereicht. Komo war zu lang. Aber gar keinen Zwischen. Jetzt wieder. Aber, ähm, der hebt sich das auf. Oh, der hebt sich das auf. Oh, der ist halt, glaub ich, nicht gereicht. Aber gar keinen Zwischen. Hm, muss man auch die Nerven erfärden. Boah, wieso? Mach ich auch. Weil ich arbeite überwiegend mit Level 1 oder, äh, Level 3. Level 2... ...hab ich noch nicht passiert. Ja. 3,1 gebrochen. Oh, ohne Combo. Naja, 40 Schaden, ne? Ja, fast die Hälfte. Ja, die... ...Wortstunde dafür was... ...aufheben, ne? Die... ...Ausdauer. Ah, aber hatten wir keine Zweifel. Ähm, das war nicht so gut, ja. Einmal guck mal. Naja, mach Druck damit halt, ne? Oh, oh. Ich versuche eine Lüge zu finden, aber... ...er bleibt... ...der wird sich... Ja, haut ab. Oh, der wäre eine Chance gewesen. Aber der Satz. Nur mal hat er. Oh, getworbt! Oh, no. Das hat er gemacht. Ja. Nach zwei Mal Chancen gehabt. 1,1, war gut. Ich gegen... ...Luke, ja. Ich zumal will, Mensch. Letzt mal habe ich... ...Berweckschaft. Oh, ja, bei der 3 ist. Ja, ich habe hier eingestellt, dass du... ...dass der Superbike mit rüberkommt. ...körst der Superbike mit rüberkommt. Ja, ich habe hier eingestellt, dass du... ...dass der Superbike mit rüberkommt. Ich habe hier eingestellt, dass du... ...dass der Superbike mit rüberkommt. Ich habe hier eingestellt, dass du... ...stattest du? habe ich er lässt es auch nur machen sollen naja habe ich auch fast weg Jo, 2, Crossup Das ist manchmal zu crazy Wieso, Crossup-Kombo? Das kann ich auch Das kann jeder Aber nicht von der Reichweite halt immer nicht Doch, nur die doch Die Normals haben hier eine große Reichweite Was? Das kann der Sasso kennenlernen? Jetzt bin ich weg Scheiße Da ist nichts mit nichts Meine Fresse So, nehmen wir an Auf sie habe ich irgendwie Lust Dann muss es halt sein Oder doch, DJ Ja, genau, mach ich doch Machen wir mal Team Judy Bisschen chillen Bisschen chillen Bisschen chillen, Alter Ich kann es nicht mehr Chillen mit Dings, ja? Du bist mir einer Oh Geht voll ab Bisschen chillen Okay, ich hab noch mal Ich hab noch mal Ah, Mann, ey Ah, Mann, ey Wieso trifft das nicht? Oh Ja, deck mich 0 Hallo, gen Wieder einfach wartet, Mann Mann, ich spiele heute Edgeplay, gratsch, tschuldigung, tschuldigung, ich komme gar nicht an den ran. Ah, sehr schön. Ja, wir singen. Sehr schön. Oh. In der Ecke ist es einfach höher. Er hätte noch ein Pinwheel machen können, das wäre vorbei. Ach, Mordi. Weg, weg mit ihm. Lachst an. Chipp damit. Ah, schatze ihm! aber scheiße reicht der blockchaden nichts niemals reicht der blockchaden doch lockt er durch ah scheiß ihm Scheiße, ich wollte einfach noch machen, du. Oh, mach keinen. Nooo. Scheiße. Doch, come on. Die blöde, das. Er hat mich gemacht, was ich was ihm. Was? Was ist das Ding, wir leben, alles? Das Spiel muss überlegen. Oh, wird gewonnen. Doch, Juri. Okay. War kein Versehen. Könnte sein, dass wir noch gewonnen haben. Ah, finale, okay. Oh, ist das Ding. Ah, das ist das Ding. Oh, ist das Ding. die bananen gemacht es geht ja auch in zielfalt hier hallo können wir abbruch vor der trifft jedoch sie vernehmen und sie verlässt auch aber wenn er trifft so 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 er hat lieber abgehört wird wieder ohne die schweiz gegen spielen wieder also der zweite platz kann man ja noch machen so da bin ich wieder ja wirst du schon kurz weg gewesen uff ging hoch, ich bin der Wader ah, du triffst doch noch zu was alles dir sicher ich bin der Wader ich bin der Wader Sehr schön Das war nicht so gut Ruhig bleiben, Leute, ruhig bleiben Ah Ja O Come On Ne, ich bin mit DJing so gut zu Moments, darf... Ok, wollen wir mal gucken... Ich glaub das war ein Fehler, weil er bleibt die ganze Zeit bei Rio... Der Gute... Hm, könnte aber werden... Ja... Klatschen... Ne... Das war Schwachsinn... Das ist Schwachsinn... das ist schwachsinn was ich hier gerade mal gegen sein main was soll ich da machen da kannst du ja kommen die ex-version kannst du ja mit den ball ist nee das ist schwachsinn gewesen er und sein main ich darf nicht wechseln gerade auch nicht so geil mit ihm passt ja vorher zusammen das bringt nix ja jetzt nimmt der chemie ich brauche keine andere nimmt ja mit blanka kann ich auch mal mit so was das macht ach komm die 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 Punish Geist er sicher? Geist er sicher? Geist er sicher? Falsche Seite? Ah, ich bin so blöd noch mal. Jetzt lassen... Oh, das ist schwach! Weil ich dich wieder blocke! Ah, komm. Das ist jetzt echt nicht sein stärkter Typ. Der ist sehr, sehr gut mit Kennen. Nee. Doch. Der ist nicht lange so gut wie mit... Das ist alles machbar. Geist die Füße. Und jetzt den Boden. Echt jetzt? Echt jetzt? Echt jetzt? Mann! Entschuldigung. Entschuldigung! Ah, echt! Oh, jetzt! Ach, komm! Da wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Geht er in die Ecke und schießt Hadouken wieder. Mann! Kein Kampf bisher heute gewonnen! Kein einzigen Kampf heute! Mann! 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 Obwohl doch! Fast! Aber... Ja, seine Chemie ist nicht so gut. Aber ja! Aber ja! Aber ja! Was? Er stürmt nach vorne und greift den. Das ist einfach. Ja, aber komm! Typischen Chemie-Probleme. Mach mal! Weitere oder was was? Er, Kenne. Ah, scheiße! Er hätte sie es schaffen können. Ne! Kann er rauskommen, oder? Ja, es wird dann zu normalen Dive. Ich habe doch vorhin auch getrankt. Ach, komm, oh, nachher. Die 2? Nee, ich muss üben, ich muss den richtigen Charakter nehmen. Mit dem muss ich nur weiter üben. Ah! 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 Ja, das ist der cool Hadouk, äh, cool Shuyuken. Ah, scheiße, Mann. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann kommen wir verpatzt. Der eine Wurf. Der eine Wurf hat nicht gekillt. Fehler. Kannst du es schaffen? Ich muss nur mal meinen Kopf springen, sonst wird das nichts. Ach, Robert, der Kopf muss nicht springen. Ja. Wenn du. Richtig, das schaffe heißt es. Ja, ja. In der Position ist das schon schwer, ne? Ja. 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 Klappt, ne. Nicht so, zumindest. Ist ja klar, der geht ja nach oben, der Gegner. Klappt, ne. Klappt, ne. Klappt, ne. Klappt, ne. Ja, Platinum. Oh! Der war noch ein Gun. Was? Aufkegeben oder was? Oder ist es, ich vertrekt? Das ist nicht so gut, was du kannst! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Leute, das waren die Teamkämpfe. Jetzt machen wir ein paar normale Matches. Zero ist ja raus. Das war's für heute. 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 Das bleibt mir aber... Keine Stark. Keine Stark. Hey, haben wir uns doch gesehen. Schon wieder verloren, yeah! Guck mal, ich komme gar nicht an den Rand. Ich komme gar nicht an den Sonnenkipp. Hey! Zwei Erserien! Hey, das wäre nix. Den Endermann machen sollen. Echt? Und dabei greift er nur nochmal. Oh, das wäre gut. So, das wäre gut. Das wäre gut. Oh, das wäre gut. Das war's für heute. das ist mir langsam zu blöd man 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 Das war's für heute. 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 Und weg bin ich. Oh! Die wollte schon drücken. Ich glaub, das könntest du nicht wegweißen. Ich versichere dich. Nein, das nicht. Aber Grasants hätte ich eh gemacht. . Oh, scheiße. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße. Oh. Und den hab ich nicht gekriegt. Wuh. War schlecht. Schmerz Ahhhh! Gott! So, weil ich keine Kontrolle mehr der Alten habe. Ahhhh! Nichts easy, aber... Sehr schön. Oh, ich habe doch nicht erst gedrückt. Was? Das reicht hier aus? Come on! Ich bin auch schwach für das. Wie gesagt, Cammy hat sehr viel was. Hatsch! Ja, ich bin weg. Wieder verloren! Geil! Ja, ich weiß nicht, wie ich den Level frei gut machen soll. Da bin ich. Wie gesagt, ich habe mich mit Cammy 0 beschäftigt. Ach so, ich bin nicht so schlimm. Der Fall. 23 Uhr. Ja, ich überfügt. Ja, ich überfügt. Das ist überhaupt nicht. Zilt nicht mehr. Wie gesagt. Ich bin nicht mehr. Ihr wird einen Ausgang puzzle und ausgezahlt. Ich bin nicht mehr, wenn ich nicht Leonardo. Ok, ja das bleibt ja. Da bin ich blöd gewesen! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Und wieder verloren! Mann, ey! ... 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 Springen die ja über mir, dann Ne, ja, auch keine Chance Hm, das ist ja interessant Ach man was geht die schon drunter nein sie hat nur ein er hat nur ein move ja wir haben nichts gemacht sie bleibt stehen ich hasse das ja ich habe gedrückt gehalte spiel manchmal funktioniert das scheiß aber nichts natürlich machen aber wenn ich mal das zeit habe für den scheiß geht das nichts manchmal funktioniert echt nicht die eingaben das habe ich schon früher gemerkt du verstehst nicht das spiel manchmal er ist auch gut also ich kann auch so spielen und bei den gegner kann der es regieren da war es in der satz da auch da weiter das ist ja auch richtig ähm wie gehe ich weg ah ja da dann lass es ja mit ihm mache ich ein op mit dem opi ja so das macht sie zwei wieder oder so dort fuck denn na weder spät oder nichts er ist einfach nur gut, ein bisschen schlecht das ist es ich meine, wenn ich so spiele, dann kann der Gegner was machen, aber alles um naja, du kannst doch nicht mit allen Charakteren die Reaktion machen, jeder sieht sich anders ich meine, wenn ich drücke, dann geht es halt nicht, aber wenn es nichts sein soll, dann geht es schon, das ist blöd gemacht oh, ich habe vergessen, knockdown ja da ne mann, ich kann diese springen nicht abchätzen ich merke schon, ich habe schon ein bisschen verlernt auch ich bin, ist es ziemlich schlecht aber als ich alle Charaktere, ähm, ausprobiert habe, da habe ich schon ein paar Kombos vergessen oder ne fuck, du siehst, da hat man nichts oh da, anti-air aaaaah, ich hasse es ja, ja, das sagen schon viele, dass die das nicht mögen ich hasse es, dass sie so kacke reagieren nicht das mh, da wird der Unterhosen halt auch gesagt wieso? da, Peppy da, der muss doch nicht klarkommen da, der muss doch nicht klarkommen da hat gesagt, der hätte jetzt nicht viele zurückbekommen sollen wie macht er das? also, das verstehe ich nicht bitte haust du ab ja, ausgebildet, deswegen ich fasse es nicht ich mach doch anti-air ach, komm na, das habe ich voll gemeint nein doch ich habe nicht verstanden, warum, wenn er kommt ich mach anti-air oh, Mann Gott, bin ich scheiße, ey Gottes Willen, ey er gewinnt er gewinnt er war besser mir ich er hat bis zu spät er gekommen er hat bis zu spät er gekommen hm, sag er was ich verstehe es nicht manchmal ich verstehe es nicht ich bin aber auch noch ein bisschen entfällt das ich habe nicht nix abgezogen man ah Gott ich verstehe es nicht ich verstehe dieses cross-up hier nicht ich verstehe dieses cross-up hier nicht ich verstehe dieses cross-up hier nicht Oh Gott! Oh Gott! in der ecke hatte ich hatte glück gehabt dass er nicht schon jungen gemacht das verstehe ich nicht wie könnt ihr alle greifen wie macht ihr das ich verstehe es nicht wenn ich den cross abmacht ich krieg immer in die fesse was soll das machen das wenn du mit die flossen seite nee er steht nur was verstehe ich nicht das ist ich verstehe es nicht wie wieso werde ich bestraft das verstehe ich beim besten will nicht ich springe und ich werde sofort gegriffen obwohl ich noch in der luft bin ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren weil ich fasse es nicht ich fasse es nicht schuljur jungen schuljur jungen ja guck mal greift einfach zwischen er bleibt so ruhig ja ich habe ja ich bin scheiße kommen vor das ist schlecht war ist das schlecht noch einmal was macht der mikro steps sehe ich jetzt erst ich fasse es nicht was mein angebot war doch längst vorbei oh komm schon Short Hop, ja klar Ich hab gegriffen, Counter Hit, ooooh, ja, klar Jo, kann an Aber mich kann man greifen Ich hab Feitsch Was soll ich dagegen machen? Ja, einzuführen Toll Nix kann er Dann gegen den Obi mal schauen, was ich der da ankomme Genau, Katja, sag nicht mehr so schnell Kann ich erstmal Wieder Manon? Wie, wieder Manon? Wie, wieder Manon? Ja, diesmal hast du, ne? Ja, ich hab Manon diesmal, aber ich versuch's mal Ne, das war falsch Ne, das ist Feitsch, Feitsch, der Rang geht weiter Ich hab noch einen Ja, ich hab noch einen Ich hab noch einen Das ist auch von 2 erhitzt. Mit Mahnung. Das war's für heute. War's nicht, Josh, berichten? Okay. Ich hab deinen Konter geblockt. Da kam ja noch andere Sonnen. Ja, das kann die doch brechen. Mit 2-Hit rein. 2-Hit rein. Ja klar. Das war's für heute. Ich hab's vergessen. Oh, 2-Hit! Xamon! Manon! Können wir doch was. Also wir machen. 2-Hit rein. 3-Hit rein. 1-Hit rein. 8-Wit rein. 4-Wit rein. 3-Hit rein. 4-Wit rein. 10-Jus ist vielfaches. Sind wir das nicht sicher? 1 4 3 3 2 3 Das war's. Oh, 4 zu 1, scheiße. Die Ex gilt als, scheiße. Ah, mit der haben wir aufgeschlossen. Ja. 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 Das war's für heute. Hm, okay, der den Hitbox hat. Ich bin dumm! Mann, ich bin tot, ja. Ah, das war alles. Ich muss da auch meine Kombos finden. Diese Puckel macht aber nichts. Hm. Was? Ausgebrannt! Scheiße! Oh, Chipdamage! Aber hey! Das war's für heute. Ja, ich bin nicht wahnsinnig benahmet. Hier! Okay, jetzt hab ich wieder... Wieso kann ich die Schlechtheit greifen? Okay. Okay. Das wusste ich nicht. Okay, da hätte ich... Da ist es, da ist es alles, Puckel. Oho! Mann ey! Ey, das ist... Ich pass es nicht. Ja bleib doch ruhig. Aha! Das war's für heute. 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 Giotto ACHOBON Der Lasto Karimano Oh, outcast! Nee, der ist Redfix wieder mit der So, Bro, ist nochmal mit, äh, gegen Orihello Oder Orihello Oder Orihello Ach so, da provoziert das. Oh, es geht! Was? Gehts? Ach man. Oh! Oh! Um fiel. Ja! Haha! Keiner für 2! Ach so! Oh, come on! Der lasst mich nicht da durchscha, hm? Ja, Fehler! Aber da haben wir Probleme, hm? Er kennt ihn auch, glaub ich, nicht. Scheint so. Oh, dann hin! Ja, kann zurückmachen. Dieser Quanta ist heftig. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie hat das schon gemacht. XR! Oh scheiße! Oh scheiße! Haha! Der kann schon aus mehr! Ja, zu den Nählschamm! Was doch! Ja! Du hast also hin und her, Rommaren. Ja, ein bisschen. Okay. XR! XR! Aaaaah! Ah, schauzen! Ich kann auch von ganz weit machen, ja. Oh, ich habe das erste Mal wieder. Ja, Fehler. Ja, wenn man nicht kämpft, dann hat man Probleme gegen die Typen. Weil der Saga ein bisschen was anderes hinterher nicht weg macht, ne? Ja, ja. 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 Ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, ja. so lang machen so kommt dann gleich geht nicht mehr es geht nicht mehr ja nee das wird Bis zum nächsten Mal. Hm. 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 Um. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, sehr schön. Bin ich zu unwissen. Yay. Oh, hab ich nicht geschafft. Ja, du merkst schon, das ist nix, ne? Du spielst ja aus Spaß, also. Die spiel ich aus Spaß, ja. Hey, jetzt muss ich vorführen. Ah, sehr schön. Ne, da hat sie mich. Wieso mache ich das nicht? Das werde ich gleich machen. Hätte ich ganz... Oh, die Aktivität, Anna. Hätte ich gleich machen können. Hm, ist Methium. Version, die, ähm, DP-Phase kann sein, ne? Oh, Mann. Ja, was soll ich da machen? Ich kenne mich doch nicht aus mit Chat. Ah, das ist Spaß dann wieder, ja. Immer gegen die Main. Naja, Main ist es ja noch nichts. Ah! Was soll ich da machen? Oh, scheiße. Was ist denn? Da hat sie mich voll getroffen. Oh, der ist auch nicht blöd. Hat der Version auch noch genommen. Ja. Jetzt kam einer an. Dann kommt wieder der Griff. Ja, der Griff. Weil nichts anderes geht. Ach, Mann. Ach, Mann. Das ist dumm. Das ist echt dumm. Ja. Das ist, das ist vorführen, das ist gar nichts. Äh. Das macht dir doch keinen Spaß mehr. Doch. Spiel mal Spaß. Was? Das ist langweilig. So als würdest du gegen Schwachzeit spielen. Ja, wenn das gewinnt, dann geht's noch weiter, oder? Ah, sehr schön. Und wieder getötet durch Rap. Ah. Ah. Nee. Nee. Fuck ist es. Da. Schon wieder. Griff. Nichts anderes als Griff. Ah, da nichts. Das war alles gut. Das war alles gut. Das war alles gut. Das war alles gut. Was ist das? Ja. Das war alles gut. Also ich hab dir den Ball ist. Ich hab dir den Ball ist, ich hab dir den Ball hat. nichts scheiße wie gesagt sind vielleicht wunden aber keine ich wollte eigentlich schon machen aber wenn ich bitte ihr macht ihr noch und er kämpft nicht mit dir naja das wird nix wieder er machte mich einfach fertig so dann fangen wir an ich habe gerade ein charakter den ich aus das verstehe ich nicht ich verstehe diesen rap nicht gleich dass man vom spring aus gleich gegräbt ich verstehe ich kann Ah Das war's für heute. Ja, komm, was soll ich, was spiel ich hier rum? Das ist doch Kindergarten. Guck mal, ich kann auch nicht den Punnestrip schreiten. Das ist nur ein Anschluss. Guck dir das an. Ja, wie schaust du denn aus? Wie gewinnst du das? Natürlich, ich verlier doch nicht. Hallo, ich spiel gegen seinen Main. Ist keine Zeit, dass du gewinnst. Wovon träumst du nach? Super! Super! Wovon träumst du nach? Ja. Das war's für heute. Guck mal, er geht zurück! Ach komm. Junge, ich kann doch nicht mit der spielen, das merkst du doch. Ja komm. Ja, das ist voll spielen. Ah, DJ Eleven. Hä, Planker? Bei mir nichts. Du hast wechseln, aha. Stimmt. Im Zuschauer-Modus, ja. Habe ich jetzt mal durch Zufall gewonnen? Wow. Das war doch gut. Er hat mich gelassen. Er hat mich gelassen. Er hat mich gelassen. Ja, wenn der kein Gegenmaßnahmen dagegen hat, dann hat er halt verschissen. Hm. Wenn der ausgebrannt ist. Guck dir das doch mal an! Ach, der hat mich doch verraten. Sag ich doch. Guck dir das an. Mach nicht eins, da fertig. Alles gut. Du hast ein wie, voll. Begebt. Guck dir das nicht. Doch, gut. Ach. 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 guck dir das doch an der hat mich doch verarscht die ganze zeit hat mich nur gelassen nur gelassen ja wer weiß ich bin doch ganz normal wo spielt er ganz normal der er weiß ganz genau wie er mich weg machen die eine runde da da hatte doch nichts also das was ich sehe ist ja normal das ist richtig geradeaus er weiß ganz genau was dabei erkennt es erkennt seine frame er wird das nicht zulassen deswegen da hatte ich einmal glück da hat er mich gelassen guck mal er macht auch nichts er macht auch nichts er wartet nur ab er macht alles richtig was soll ich da machen der macht alles richtig ja ich habe doch kein kampf gewonnen bisher demasiado ja da war er ich mache es noch nicht ich weiß nicht aber ник das das schaust mich wie blöd er ist sein entgemaßen sie sehen sozusagen er hat man sich weg und schon gesandt ja da ist ein minus bei bach aber bloßen das gebufft ist das war dann ich bin weg aber ich bin jetzt habe ich eine relativ gute chance nichts von ich bin dumm ich bin dumm ich bin dumm ich bin dumm solch dumm fehler darf ich habe ich ja sonst nie was und so nachkommen das ist schon jürgen der sicher wenn es schon gebaut hat kann es dann bist du sicher das ist so jürgen das weiß selber um mal die drei du geist uns ja alle an bis vor wir was machen wenn wir schon machen was er nicht nur so diesmal der harte ach kommon der ist wieder weggegangen so dort so alles rechtlicher oder kampf gewesen der auch probleme das kann ich mir das merke ich was bei den hat er trägt ja also irgendwie scheint es nicht so wuchs nebenbei dem gegen ihn die fahrzeuge auch was ich dachte er macht jetzt ach man habe ich gesehen ja lieber angreifen da scheiße da war auch sehr vorsichtig was ich hab dich bloß wegwerfen ja ja ach scheiße nicht gereicht ich weiß kein kompa war ihr idiot das war ich hier war doch der verteidigung wir hatten mich dort getroffen zu ich muss ja irgendwas losgelassen haben ich meine hey der kennt seine frames mit wie oder weiß wann er angreifen kann ja das ist eine solche sache auch wieder okay wie gesagt wenn du die richtigen angriffe hintereinander machst dann bist du ein plus ganz einfach so a com it Oh, das ist mies. Ja, das war... Volle, volle durch. Kein Genard, ne? Das war ja mies, Alter. Dreimal auf seinen Drive-In-Tax und dann bist du sicher und dann greifst du... Außen Drive-In-Tax, uff. Das ist gerade Bestrafung. Weffer 3. Habe Kraft weg. Keine Kombo, ne? Und Minus. Ja, da ist er abgelost. Element zu Ubers, was wir vielleicht noch retten können. Aber ich habe perfekt gedrückt. Was? Nicht getroffen? Das ist gut so. Oh, was? Ach, come on. Ja. Ach, das war... Ja, doch mal und dann... Grab mal einfach. Ah, scheiße. Der Bisschen war und sollen nicht, Idiot. Du musst es doch wissen. Inzwischen. Ich habe nicht mehr geschafft, ihn zu treffen. Warum nicht? So, erstmal das. Ich habe doch gesehen, dass die Tränen sind. Ich dachte, er kriegt dich wegen den Headbox. Achso. So weiß ich nichts. Hm. Rio geht ja sehr weit nach vorne. Ah, scheiße. Ach, schuldige diese Scheiße. Hier. Flatsch. Hahaha. Das ist Bisa. Kann er nichts mehr machen. Mit ausgebrannt haben wir fast hinüber. Ja. Defensiv. 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 Okay, meine Lieder hat er keine Chance scheinbar. Doch, der hat zweimal gewonnen. Ja. Scheiße, ich habe nichts gemacht, weiter. Ich hätte weiter machen können. Sehr schön. Ah, Fehler. Was? Das war doch kein Punish? Doch Echt? Ich krieg ja jedes Mal ein Das ist das, was uns trage Wie er das... Was? Ich kriege... Ich krieg ja... Da, ich kriege... Ja, ich kriege... Ich kriege... t ich konnte ja viele sagen für die schaden hat er da jemand darf jetzt aufpassen ja schon bringt er nichts was auch scheiße ja wenn die Box ist auch auf der anderen Seite deswegen triff ich nicht sehr schön da war es so freundlich wie steht es eigentlich bei euch? ähm ich glaube 3 zu 5 für mich aha achso wir willst auch spielen ja ja ich dachte bei 5 könnt ihr mal weg ja ok dann achte ich auch und hin oh schuldigen test me eggs ist das stehen scheißigern schuldigen 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 oh war kein komo und gewonnen ha 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 wenn es wieder reset jetzt war ich so langsam waren bei dem passstufe 11 habe ich ich krieg's so lassen wir die game jo ja bitte sehr die game also gegen ihn er geht ja nicht weg ok ja warum nichts wenn man kann auch ganz selber kurz weg war war sehr geile hatte kämpft muss man schon lassen ok 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 Oh, der hat er noch gefahren. So. So wie ich verliere, so wie ich verliere, so wie ich verliere, wie ich verliere, mann, ich kapiere es nicht, dann spiele ich durch, dann kriege ich ihn auch nicht, mann, oh, Yamato, ich muss mal einen Kommentar mal schauen, einmal kurz nicht da, dann, ähm, genau, ähm, servus, alle miteinander, sagst du welchen, Tegi, servus, Tegi, servus, Peter, Master, servus, Yamato, dabei, und wieder zurück, servus, Yamato, gut, war er bis, beziehungsweise bis, ich kenne das doch, das Brechen. Oh, ich kenne das doch, das Brechen. Mann! Hörst du schon? Ah! Ah! Ich musste eher gehen. Achso, bei der anderen hat er geglaubt, ich würde schlagen, aber ich habe die Vision für Auflagen benutzt. Und ich kann es halten, sowieso. Das könnte sein. Wieso steht 1 zu 1? Nächste Woche schließe ich die Fälle für die Reihe ab auf meinen Kanal. Ja, du bist ja bei, ähm, Müllport-Fälle für die, glaub ich, zum Beispiel, wenn ich mich hier, dann kommt der Müllport-Fälle für die 2. Dann Garo, ne? Fehlen also noch zwei Spiele. Grüße an die Game, grüße an dich. Die Game. Ja, ich kenne das Beste Fall wieder, ach komm! Was? Ach komm! War kein Combo. Ich habe ihn doch gehabt. Was? Ja, es getroppt. Ich habe nicht getroppt. Oh, richtig sag ich. Oh, die kommen auch bei uns. Okay. So, es gibt es wieder bei Chips. Äh, was? Warum ist das ein Punish-Counter? I don't get it. I don't get it. Wirklich. War er da, bis du dann, ähm, machst, dann macht er es selber. Nein! Weißt du, er macht einen Hartschlag und ich mache die ganze Zeit Light Punch schon, die ganze Zeit. Also, das verstehe ich beim besten Willen nicht. Mann! Mann! Das kann nicht angehen! Warum haust du wieder ab? Mann, 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 Mann. Er hat der Wenz jetzt? Ok, komm bei! Er hat eins. hat doch alles du doch nein wollen die runde aber jetzt hast du ja gleich auch also mein zweiter abgehauen ist weil er obwohl da kein burnout hatte er gewählt mal ein bisschen und dann geht er vorher offensiv so gute möglichkeit das gefühl hat er seine offensiv nicht so gut klappt geht er defensiv oh der matur hat tenjis kanal abonniert sehr schön der macht auch sowas wie ich aber der macht zurzeit nur auf dem handy natürlich ach komm das ist nicht euer ernst natürlich gewinnt er ach komm wieso komme ich nicht weg jetzt alter hallo und hier was die zuschauer wir kommen alle vier ich habe mich doch gerade geduckt i don't get it i don't get it i don't get it ja komm mach mich fertig weißt du was komm die scheiße habe ich einfach ich weiß nicht worauf der wartet ich verstehe es nicht wenn ich cross-up mache war warum greift der kacke ich verstehe es nicht ja blanker der ziemlich größer habe ich kann ihn nicht so gut spielen was ach komm du warst du warst im parry der hat auf los gelassen und dann geklickt nee ich habe schon längst ach komm was ist das denn kann ich gar nicht na klar er kann aus dem parry greifen ist klar punish natürlich ich habe ich habe rifle impact an aber ist egal punish counter genau mach mich wieder kalt alter ich bin so scheiße ich habe hier das spiel nicht ist ja auch noch relativ neu ach komm ich habe vergessen das sind die ex oh er hat schon wieder gewonnen ja welcher ja 05 naja ok meine damen und herren das wärs mit dieser aufnahme ich gehe jetzt in die sommerpause wenn ihr das seht ich war die kellen das ist game stage 5 du bist die mad master jo natürlich und hier mitgemacht hat der playfull wanderer besser bekannt auch als bodi ja ich habe heute auch die fesse bekommen ja mal gucken ob es besser wird aber ich muss noch viel lernen story für meinen aufregen aber ja dafür sind die anderen hier die stars alles klar so meine lieben leute hier jetzt nochmal vielen dank fürs zuschauen wenn euch dieses video gefallen hat hinterlasst auch ein abo und hinterlasst auch ein like da und ein kommentar ich bedanke mich bei allen die bei dieser fight night noch mal mitgemacht haben vielen dank an raffael x zero ich werde es nicht hinbekommen raffael mach mich kaputt ähm vielen dank an unterhosenhelds wieder map master und natürlich der gute udi beziehungsweise playthrough wanderer äh geht schön auf seinem kanal guckt mal da mal guckt mal da mal rein ob ihr seine playthroughs mögt oder nicht äh wir unterstützen gerne unsere kleine youtube gruppe hier daher könnt ihr auch gerne mal reinschauen auf jeden fall äh ich bedanke mal ich bedanke mich vielmals fürs zuschauen ich gehe jetzt in die sommerpause mit dem kanal und melde mich höchstens anfang mitte august wieder und dann geht es wie gewohnt weiter alles klar ich bin dk das ist game stage 5 und wir sehen und hören uns dort wo der kam vermeichenschmerz und zwar auf der straße schönen sommer genießt die sonne geht raus ist nämlich gutes wetter kein regnischer sommer daher fährt raus genießt die sonne spielt eure games habt spaß daran und wir sehen und hören uns wieder reingehauen und hoch den daumen